Ah, ich verstehe. Bäh, bäh. Oh, keine Moni mehr. Das war das Schlechteste aus. Oh, Alter. Ja, lass schnell da, Junge. Mein Gott. Das hört sich nicht gut an. Oh, endlich geht es. Oh, offline. Ich meine, hey, ja. Halt's Maul und mach die Tür auf. Aufgehöffelt. Ah, endlich. Äh, was zum Teufel? Alter. Bam, yo. Bam. Nein. Nein, nicht wieder die Narbe. Sie müssen mich rauslassen. Ich kann nicht alles belassen. Was ist los? Ellie. Oh, was ist los? Was ist los? Was zum Fick? Oh, ah. Oh, Alter. Können die Lichter bitte leise angehen? Alter, habe ich Panik. Hier ist auch wieder was. Ich höre es mal da. Da, da, da. See. Das wollte ich doch nur. Okay, jetzt kann es weitergehen. Wo? Ach, da. Okay, so. Aber ich fand die Waffe gar nicht mal so scheiße. Also ich glaube, ich werde die auch behalten. Ich sehe euch. Alter, ich dachte, dass diese, diese, äh, oh, Trittleiter, dass das ein Gegner wäre. Hier muss ich auf die Fensterscheine achten. Alter, ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich habe ihn nicht vor uns. Au. Wo bist du? Da bist du. Boah. Boah. Au, wo denn? Mein Gott. Jetzt haben wir Ruhe im Karton hier. Das Schlimmste ist. Alter, ich dachte, ich habe die Scheibe nicht kaputt schießen. Sonst heißt es wie Astrologist. Aber. Oh. Ich finde es auch gut, dass ich immer zu so spät der Stunde aufnehme. Ist halt nicht so, dass ich in sechs Stunden hoch muss. Energieknoten aktivieren. Okay. Vorratsraum. Der Vorratsraum. Ja, genau. Textlog. Denken wir los. Persönliches Log. Howard Phillips. Aufzeichnungsnummer 497. Sie hassen mich. Sie hassen mich alle. Ich kann sie alle sehen. Sie sind jetzt überall. Hocken da. Beobachten mich. Selbst Anti. Wer ist Anti? Sie wartet einfach ab, bis der alte Howard Phillips endgültig durchdreht. Wie damals, als er die Vögel rauslegst und gegen alle Codes und Regeln verstieß. Den zeige ich, wer hier verrückt ist. Was es braucht, um hier rauszukommen. Sie müssen hier noch kommen und all dieses Blut wegmachen. Und was für Regeln werden sie dann aufstellen? Gegen die werde ich auferstoßen. Ich werde mich etwas hinlegen. Ich fühle mich nicht so gut. Ja, ich glaube, das war der Moment, wo er sich dann hingelegt hat und... Ne? Chima. Aber zu so... Zu so einem Wetter, kann man nur sagen. Ich bin nicht so einer, der das sagt, es ist heiß. Aber... Genügend trinken. Vorbildlich. Und auch noch gesund. Multivitamin. Mh... Wir tun mal so, als wäre dann... Zogar ohne Ende drinne. Boom, Junge, boom! Wie viel Platz hat ich im Moment? Das geht noch. So... Das war's. Mehr ist hier nicht. Für'n Vorratslager ein bisschen mau, oder? As the la bye-bye. Gehen wir weiter. Warnung. Okay. Jetzt wird ein bisschen gebastelt. Ja. Ja. Oh, ja. Easy going. Wie meine Großmutter schon immer gesagt hat, vertraue keine Tür, die gerade jetzt aufgeht. Wie macht man das? Wie behält man das alles in seinem Inneren, dass das Gesicht nicht die Schmerzen verrät? Niemand wird je die Schuld erhauen, die du verspürst. Nur die dunklen Gedanken erfahren, die du für dich behältst. Gesundheit? Ich finde es doch so geil, dass ich gerade so mit den Zielen beschäftigt war, dass ich einfach nicht gehört habe, was sie gesagt hat. Ich freue mich auf den Schnitt. Verschlossen. Ich will hier nicht sein. Auf engstem Raum. Und das da? Mit mir hier drinnen. Aufgabe erfüllt. Finde ich super. Glaube ich. Ich höre da schon wieder was. Ich hätte meinen Tank aufführen müssen. Alli, scheinbar sind zwei Reflektoren falsch ausgerichtet. Wie hält er sich? Er hyperventiliert nicht mehr. Aber ich weiß nicht, wie lange er noch durchhält. War klar, dass er mich aufhalten würde. Ja. Es würden auch meine Chancen sterben, den Marker zu zerstören. Halten Sie ihn am Leben und bringen Sie ihn zu den Paneelen. Ich glaube, die da muss ich anders einstellen, oder? Böö. Au. Wo? Hä, ich sehe hier nichts. Alter, verpiss dich, Junge. Was ist das eigentlich? Au, alter. Oh Gott. Du bist ja tot. Du bist ja tot. Oh. Was ist das? Ich brauche Luft. Ich brauche Luft. Ich brauche Luft. Ich brauche Luft. Sauerstoff. Sauerstoff. Sauerstoff mit Powerstoff. Habe ich aufgeführt haben? Okay, jetzt bin ich voll. Ich komme hier nicht raus. Oh, der ist tot. Endlich. Warte, der ist richtig ausgerichtet. Ja, genau. Wo sind die anderen beiden? Der. 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 Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Der. Schnell, schnell, schnell. Ich hätte meinen Sauerstoff auffüllen müssen. Komm schon. Wo muss ich da hin? Das können was werden. Ausdritt Schwerelosigkeit. Hä? Aber hier ist nichts. Eintritt Schwerelosigkeit. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich kenne die Schose schon. Hä? Aber die müssen noch. Oder? Warte mal. Müssen die davon weg? Dieses Das geht nicht. Ich check's nicht. Ich check's einfach nicht. Die beiden müssten... Oh, warte mal. Das haben wir. Ich hab echt kein Problem, was ich machen muss. Das finde ich schon mal spannend. Alter, wo muss ich hin? So, Sauerstoff, Sauerstoff, Sauerstoff. Ach. Den muss ich aber jetzt lenken, oder? Aber wie? Wie lenke ich den hier? Isaac, okay. Ich kann die Anlage von hier aus sehen. Sie müssen offenbar zu den äußeren Schüsseln und ihre Strahlen irgendwie zur mittleren Säule ziehen. Okay, ich versuch's. Ich muss hin. Ich weiß nicht, wie ich den Schuss... Da schießt auch was. Zu meinen Schuhe. Schieb! Aha! Jetzt haben wir es. Meine. Weiter, weiter. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Gleich haben wir es. Ja! Okay, Ellie. Einer wäre geschafft. Wie sieht's bei Ihnen aus? Wir versuchen jetzt, die Abdeckung zu öffnen. Scors, helfen Sie mir mal. Ne, wird mir wehtun. Ich bin nicht stark genug. Ich verspreche, ich schütze Sie. Nur, kommen Sie her und helfen Sie mir. So, nochmal Sauerstoff mit Powerstoff. Irgendwas ist auf den Kollektoren. Das ist... Oh mein Gott. Da sind hunderttausende von denen. Sie strömen auseinander. Ellie, verschwinden Sie da. Oh Gott, Sie kommen hierher. Laufen Sie, Scors, weg hier. Ellie, kommen. Ellie. Ellie, schau sie mit. Kann's nicht geben. Bei denen ist es spannender als bei mir. Oh Gott. Und, noch ein Stück. Ja, Miami. Ja, los. Komm schon. Und... Äh, ist doch richtig, oder? Äh, ich bin so... Ich bin so weit... Hä? Wo muss ich... Hä? Noch ein Stück? Noch ein Stück? Gleich haben wir es? Glaube ich? Weiß ich nicht? Ja! Und jetzt? Ich bin mir... Nichts... Das ist Halo. Scheiße, Isaac. Ellie! Ellie! Alles in Ordnung? Nein, nein. Sie haben uns gerade noch in Sicherheit bringen können. Sie glauben... Isaac, die Wiese sind immer noch zum Transit-Knoten unterwegs. Sie zerstören alles, was Ihnen in die Quere kommt. Scheiße, Sie schneiden uns den Weg ab. Gehen Sie zum Knoten, wir treffen uns dort. Können wir uns mal kurz darüber unterhalten, dass ich keine Luft habe? Wo muss ich hin? Heilige! Oh ja, das ist... Ja, das ist gewaltig. Ich weiß nicht, wo's... Ha-ha! Äh? Bitte was? Äh, was? Ich geh doch nicht rein, bist du... Hey, soll da rein? Ich glaub, da ist zu wenig Sauerstoff, kommt ihm nicht gut. Ah, rett... Äh, 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 da hin. Das krieg ich hin, das krieg ich hin. Oh, Sauerstoff, 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 Sauerstoff. Sauerstoff. Döööööp. Und jetzt? Und... Ah-ha! Ich habe keine... grenade! kommen! Isaac, wir müssen den Regierungssektor durchquert haben, bevor wir uns abschneiden. Sie werden es nicht rechtzeitig herunterklafen. Ich werde da sein. Ich werde da sein. Ich werde da sein. Ich habe keine Medi-Packs. Stabilität in der Ausrichtung der Anlage entdeckt. Schleidersitze werden initialisiert. Äh, bitte was? Heilige. Muss ich lenken? Das kannst du doch nicht mit mir machen. Das geht doch nicht. Ich werde so sterben. Oh, der war knapp. Heilige. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ist mir schlecht. Ist mir. Da muss ich bestimmt durch. Aber sowas voran. Oh Gott. Das kannst du nicht tun. Oh, Heilige. Ich bin gleich da, Andy. Das wird wie du. Das wird wie du. Ja, klar. Brems ab. Genau. Das war eine coole Superheldenlandung. Ich bin da. Und wo seid ihr? Erstmal war ich was zum Heilen. Das ist nicht zum Heilen. Ja, ja. Äh. Was sind das für Geräusche? Was sind das für Geräusche? Andy, wo sind sie? Draußen. Beilen Sie sich. Beilen Sie sich. Reichter gesagt, was ich getan habe. Laserkanone. Yay. Ähm. Erstmal hole ich mir ein paar Medipacks, würde ich sagen. 1, 2, würde reichen. Und ein bisschen Muni. Oh, ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Beim ersten Mal. Man kann sich auch über kleine Sachen freuen. So. Na. Spreiche. Bestätigen. Das ist ein Doppelklick nicht funktioniert. Das wundert mich. Ja. Ja, okay. Äh. Hier war ich doch schon mal. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt.